So, willkommen zurück zu South Park. Äh, der Stab der Wahrheit. Hier. Hey, das ist nicht der übliche Kind, der das Paket anbietet. Hä? Oh, Scheiße. Es ist ein Kind! Lass mich in! Willst du mich arbeitieren oder was? So, mal gucken. Oh, der hat auch gar nicht so wenig. Aber es passt sich ganz gut. Dann, ähm, hier. Bam! Bam! Erwachsene verprügeln. Sehr gut. Fähigkeit. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Damit kriege ich auch gleich beide in Angriff. Ich fühle mich, das Ratsch ist führig! Das hat gezogen. Boah, aber die machen ordentlich Schaden hier. Boah, Fähigkeiten verringert. Böses Ding. Aber du bekommst von mir nochmal einen Knochenbrecher-Kollege. Bam! Den ersten haben wir. Schade, dass man die heilende Berührung nicht auf sich selbst setzen kann. Na gut. Dann wollen wir ihnen mal einen Heiltrank geben. Ich glaube, sonst wird mir hier Buttersteam nichts noch krepieren. Der hat... Na gut. Probieren wir es. Gut. Schön abgewehrt. Magie... So etwas können wir gerade nicht nutzen. Na gut. Komm. Ja. Hier geht ordentlicher Schaden. Ich habe ja auch mehr Nahkampfschaden jetzt bei... Äh, Hackfresse. Zu früh. Egal. Jetzt kommt nochmal der Konter. Ich habe das. Und der letzte Angriff von mir. Tipptopp. So, ihr Penner. Diese Leute sind vielleicht Säger. Was könnten... Was hätten wir denn hier? Oder was... Was könnte hier sein? Was Tweak bekommen soll? Weiß es nicht. Probiert es einfach mal so. Ah. Perfekt. Hallo Ratte. Die Tüte haben wir jetzt bekommen. Aha. Wir kriegen ein Trägerhemd. Und wir können es Gas ausmachen. Ja super. Tweaks Geheim Portion ist eine Tüte Crystal Meth. Warum auch nicht. Polizistische Brutalität. Dieser Mann ist verrückt. Tja. Habe ich hier angetan. Nehmen bei, ich bin nicht von der Polizei. Aber gut. Oh. Der sieht aber nett aus. Hast du auch Facebook? Ey. Ich habe dir nichts getan. Woher hast du mich angetan? Na gut. Du wolltest es nicht anders. Du verrückter Penner. Was auch du kannst. Nein. Das ist nicht schön. Das hätte ich eher wissen sollen. Na gut. Ich dachte jetzt gibt es hier ordentlich Schaden. Ja. Das war nicht sehr nett. Das war nah. Das kommt auch recht viel Schaden bei rum. Aber hier kommt. Schluck meinen Baseballschläger. Mein geliebter, liebter Baseballschläger. Hey. Home Run. Was würde ich tun? Uh. Was würde das denn? Der schluckt einiges. Du olle Pussy. So. Nicht mit mir, süßer. Und nochmal eine heilende Berührung dazu. Ja, das ist es, little buddy. Hier. In deinem Gesicht. Oh. Das war nicht so schlecht. Oh, komm mal. Hey. So. Und. Eigentlich haben wir relativ viele Heiltränke. Wasserballon, Wiederbelebungstrank. Geht so. Oh. Wir greifen hier einfach mal ganz normal an. Auch wenn es nur einen Schaden macht. Das ist nicht nett. Huss. Wenn das für einer. Das kann er doch nicht bringen. Was mache ich tun? Ey. Verarsch. Haben wir irgendwas? So. Hier. Hast du jetzt davon? Das ist nicht nett. No. Ja. Ja, ich bin glücklich. Nein, 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 nein. Der ist böse, dieser Gegner. Wir probieren es hier nochmal mit meinem Baseballschläger. Homerun. Mist, ey. Aber gut, okay. Der hat auch Panzerung 40. Das ist schon ziemlich dreckig. Komm, schluck das. Probieren wir es nochmal mit normalen Angriffen. Ne. Was mache ich? Ich würde jetzt am liebsten nochmal auf Entfernungen gehen. Gib mir ein paar Veränderungen, verdammt. Yippie. Wir haben jetzt nochmal unsere Machtdinger. Aha. Sehr gut gegen Rüstung. Nein, falsche Lärm. Drücke schnell A und D. Und dann klicke mit der linken Mord. Achso. Okay. Achso. Au. Nein, 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 nein. Ach Mist. Ja, Mann. Wenigstens etwas. Perfekte Deckung. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einem Bogen. Das ist nicht so nett. Gibt auch nicht so viel. Fertigkeiten, irgendwas, was ich hier noch nutzen kann. Nö. Oh, dieser Kampf sieht so aus, als ob er ewig dauern wird. Letztes früh. Autsch. Was haben wir denn hier irgendwie? Klumpenscheiße. Na komm, machen wir das hier mal. Ja, 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 ja. Oh. Das ist nicht so nett. Hast du jetzt davon? Was können wir ihm noch an den Kopf schmeißen? Ich wusste doch, dass der Klumpenscheiße ist für irgendwas gut. Machttrank, Stärketrank, Tempotrank, Wiederbelebungstrank. Das gefällt mir. Das geben wir doch lieber ihm, weil er drei Angriffe hat. Wie zu spät. Krepierkollege. So, und jetzt dürfte ich noch mal, genau, noch einmal. Äh. Ich möchte mal zu gern wissen, wie lange geht. Und das noch, oh, der ist noch eine Runde angewidert. So, jetzt ist er hier wieder dran. Machttrank. Achso. Stärketrank. Hier, nur ein paar Steroide. Damn. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal ein bisschen besser dran. Wie zu spät. Das war genau richtig. Okay, er ist jetzt nicht mehr angewidert. Das ist ärgerlich. Das kriegen wir aber trotzdem hin. Gegenstände. So, hier kriegst du nochmal einen Klumpenscheiße. Und. Hey. Hey. Was ich mache. Das ist nicht schön. Wie dreist man hier nur drei Angriffe gerade hat. Oh, komm. Au. Ah, komm. Geben wir ihm nochmal einen Krafttrank. Äh, einen Machttrank. Gib mir nur was du hast, ich bin gut für's. So, Fertigkeiten. So, drücke schnell AD. Dann mit der linken Maustaste, um zu werfen. Wenn du den Blitz siehst. Achso. 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 I'm sorry. Mist. Na egal. Scheiß auf Spatter's. 14 Lebenspunkte hat er noch. Hey. Und nochmal. Das ist nicht schön. Was mache ich? Das ist nicht schön. Achso. 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 Heilende Berührung. Ich habe dich zurück. Ah, süß. 4 Lebenspunkte hat der Fette noch. Oh, komm mal. Ja. Au. Na egal. Letzte Runde für ihn. Für den armen Bettler. Hey. Ja. Ich fühle mich wirklich schrecklich. Hm, lecker. Dafür bekomme ich eine benutzte Spritze. Ah, halt da drüben haben wir dafür jetzt auch irgendwas. Beschissenes Abzeichen. Alles perfekt. Willst du sie spielen, oder? So. Dann schauen wir nochmal auf die Map. Zu den Waffen. Also Tweaks dämpfen, äh, dampfen das Dilemma. Wir haben doch jetzt die Lieferung. Genau, Schweinebeermann. Achso, Schweinebeermann war eigentlich oben. Ah, was ich hier natürlich vielleicht nutzen muss, ist Fähigkeiten. So, bringe ein Schweinebeermann an einem elektrischen Transformator an. Ein Brandgefahrmesser an. Bring ihn an einen Wetterhahn an. Achso. Also, hier hinten ist er auf jeden Fall schon mal ganz richtig. Irgendwas zumindest. Irgendwas hier mit gefährlichen Tieren und so. Da hinten ist aber auch noch... Ah, da oben. Da muss ich irgendwie noch hin. Okay, die Crack-Heads sind weg. Zumindest eine Sache, die ganz gut ist. Wo bekomme ich denn? Ah, jetzt hat es hier geleuchtet. Super. Äh, genau. Erstmal aufmachen. Schweinebeermann-Sensor. Kennes blutige Keule. Sehr schön. Das heißt, wir haben den ersten Sensor zumindest schon mal angebracht. Ich dachte, hier kommt jetzt gar nichts mehr. Katze M. Die hatten wir schon offen hier, ne? Super. Die müssen wir mal schauen. Zu den Waffen löse Tweaks, dampfen das Dilemma und rekrutiere ihn für... Ich dachte, das hatten wir jetzt hier schon. Dann rede ich noch mal mit denen hier. So, erstmal Fernsehen aus, ne? Oh, hey, du bist ein neuer Kind. Meine Sister, die Prinzessin, hat mir über dich getestet. Sie denkt, du bist süß. Oh, das ist nett. Hier ist auch echt nichts. Aber gut, von armen Leuten soll man ja nicht so viel bekommen, anscheinend. Dann reden wir noch mal mit ihr. Sorry, dass ich über die Anbieter hören kann. Normalerweise sind sie echt Spaß und energetisch. Hm. Ah, hier haben wir noch mal. Ah, ne, hier kommen wir auch nicht raus. Schade. Ich dachte, das habe ich jetzt hier gelöst. Dann gucken wir mal hier rein. Ah, hier wohnt Kenny. Kenny hat nicht viel, aber das ist egal. Reicht, um ihm ein paar Sachen abzunehmen. Oh, shit. Rappengift. Sehr schön. Hier geht es nicht weiter. Na gut. Geht hier noch irgendwas? Nö. Haben die keine Toilette? Jense mal raus in den Garten, oder wat? Hm. Na gut. Dann holen wir mal fast Timmy. Und lassen uns von ihm... hier rüberfahren. Halt die Klappe. Oh Gott, da gibt es noch eine Vendelung. Haha, ich bin der Vendel. Und ob wir das hier jetzt geregelt bekommen, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis denn.